Endlich steht Termin! Letzte Goat-Staffel schon Anfang 2019 Vergangenen Sommer gaben die Macher des Serien-Hits bekannt, dass die achte und finale Staffel erst 2019, möglicherweise sogar erst 2020 ausgestrahlt wird womit sie so manche Hardcore-Fans in ein tiefes Loch stürzten. Diese Frage brannte Serien-Junkies schon seit Monaten unter den Fingern, wann geht es endlich mit Gama auf Thrones weiter?. Die können nun aufatmen! Der Kampf um Vestias geht doch früher als befürchtet in die nächste Runde. Ein genaues Datum für den Staffelstart stehe zwar noch nicht fest, jedoch falle er definitiv in die erste Hälfte des kommenden Jahres. So viel konnte Cassie Blois, der Programmchef des produzierenden Senders Bo, bei der Television-Kritiks-Assoziations-Presse-Tour in Wifferle Hills schon verraten. Der Worst-Kassie ist damit also abgewendet. So oder so hätte sich das Warten aber auf alle Fälle gelohnt. Schließlich wurden alle sechs Folgen der finalen Sia-Sonnenspiel-Filmlänge gedreht. Auch die Showrunner, 47, und dann weiß versprachen gegenüber Entertainment-Weglü nicht geradezu wenig der große Show-Dove im Kampf um den eisernen Thron und gegen die weißen Wanderer soll so spektakulär werden. Wie noch keine andere Staffel zuvor. Und das heißt was, wie Fans wissen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.